Die Blumen sind für Prinzessin Celestia. Für sie sind nur die schönsten gut genug. Oh, hallo, kleiner Kerl. So etwas Niedliches wie dich habe ich ja noch nie zuvor gesehen. Oh, du hast anscheinend Hunger. Hier hast du genug. Dann hattest du wohl großen Hunger. Meine Güte, du bist ja sowas von lieblich. Ich kann es kaum erwarten, dich meinen Freundinnen zu zeigen. My Little Pony, My Little Pony, My Little Pony, My Little Pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My Little Pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer. Spaß und Spiel. Und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein. Und obendrein gibt's Dauberrein. Meine Lieblumen von mir. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Oh, beeil dich, Spike. Dieses Haus räumt sich nicht von selbst auf. Es hat doch nicht dieses Chaos verursacht. Prinzessin Celestia kommt uns schon morgen besuchen. Ich dachte, sie wollte einfach nur mal so vorbeischauen. Eine Prinzessin würde nie einfach mal vorbeischauen. Deshalb muss das Haus blitzeblank sein. Aber die Bücherhaufen werden nicht weniger. Du solltest anfangen, deine Bücher eins nach dem anderen zu lesen. Das Haus muss perfekt aufgeräumt sein. Wir haben keine Zeit, drum zu albern. Weißt du, vielleicht würde uns das Aufräumen leichter fallen, wenn wir uns nicht andauernd in die Quere kommen würden. Gute Idee. Du machst hier weiter und ich sehe nach, wie es bei den anderen läuft. Vielleicht könnte ich. Herzlich willkommen, Prinzessin Celeste. Wieso steht da nicht ihr ganzer Name? Haben wir leider nicht mehr draufgekriegt. Ihr könnt kein Willkommensschild mit ihrem halben Namen aufhängen. Versucht es bitte nochmal. Das ist wunderschön. Genau so weitermachen. Hallo, Mr. und Mrs. Cake. Was macht das Festessen? Oh, wir wären schon viel weiter, wenn ich... Pinky, was machst du denn hier? Diese Kuchen sollen doch alle für die Prinzessin sein. Weiß ich doch. Deshalb wollte ich sie probieren. Denn irgendein Pony muss ja darauf aufpassen, dass alles lecker genug für die klägliche Zunge ist. Und ich, Pinky Pie, erkläre, dass die Kuchen gut genug sind für einen König, eine Königin oder eine Prinzessin. So leid. Pinky, ihr werdet's nicht glauben. Oh, tut mir leid. Komme ich irgendwie ungelegen? Nein, gar nicht. Komm rein und mach's dir bequem. Was geht's denn, Flutterschei? Ihr werdet staunen. Ich hab was Tolles nah dem Wald der ewigen Magie gefunden. Komm mal raus, kleines Kerlchen. Ist schon okay. Drei? Sie sind unglaublich. Wer sind sie denn? Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch gar nicht, woher die anderen zwei plötzlich kommen. Ich würde auch eins aufnehmen. Ich finde sie wirklich so... Bezaubernd. Außerdem wär's auch ein netter Spielkamerad für Spike. Dann wird er mich beim Lernen nicht so oft stören. Pinky, willst du vielleicht den anderen? Ein Para-Sprite? Machst du Witze? Hä? Ein Para-was? Wie kann man sie denn nicht mögen? Jetzt brauch ich ganz dringend ne Posaune. Eine was? Eine Posaune. Du weißt schon. Das ist typisch, Pinky. Steh ruhig, Rainbow Dash. Ach, ich kann nicht. Ich muss mich bewegen. Dieses Rumstehen ist zu langweilig für mich. Willst du jetzt hübsch für Prinzessin Celestia aussehen oder nicht? Wow! Diese Festtagskostüme sind ja der Wahnsinn. Dankeschön, Twilight. Wenigstens eine, die meine Fähigkeiten zu schätzen weiß. Ach, so langweilig. Was war denn das für ein Geräusch, Twilight? Wow, was ist das denn? Die bessere Frage ist, wo sind sie alle hergekommen? Vor einer Minute hatte ich nur einen davon. Ich nehm auch einen. Ich möchte auch einen. Die sind doch zu niedlich. Hat eins von euch Ponys vielleicht ein Akkordeon? Pace! Hallo! Das ist jetzt wichtig! Herzlichen Dank. Oh, ist doch alles geschmückt? Das Festessen fertig? Ich hoffe, wir schaffen bis morgen wirklich alle Vorbereitungen. Oh, worüber mache ich mir eigentlich Sorgen? Spike! Wach auf! Was ist passiert? Hä? Was ist denn los? Wieso sind das so viele? Keine Ahnung. Der Kleine hatte heute Nacht Hunger, also hab ich ihn gefüttert. Aber ich hab keine Idee, wo all die anderen herkommen. Oh nein! Die vernichten meine ganze Arbeit. Die Prinzessin kommt heute zu Besuch. Spike! Hilf mir, die Tierchen einzufangen! Was meinst du, was ich hier mache? Ich weiß, ich weiß. Keine Zeit rumzualbern. Ich weiß, keine Zeit rumzualbern. Oh, geht runter von mir! Oh, ihr seid nicht nur entzückende kleine Kerlchen. Ihr seid sogar richtige Helferchen. Alles okay? Pui, pui, pui! Ein Tierchen, das sich so ekelhaft benimmt hat, hier in meiner Boutique nichts zu suchen. Sieh doch mal, Apple Jacks Mutter Monika Ist das nicht toll? Und kein Augenblick zu früh Pinky, im Moment bin ich zu beschäftigt Meinst du ich nicht? Ich muss dringend Instrumente auftreiben, ganz viele, unendlich viele Aber wenn wir uns die Arbeit teilen, dann können wir es rechtzeitig schaffen Bitte Pinky, ich hab jetzt keine Zeit für deine spaßigen Spielchen Ich habe ein echtes Problem Natürlich hast du ein echtes Problem Und ein Banjo ist die einzige Lösung Wie ich sehe, haben wir das gleiche Problem Verschwindet! Nattershai weiß alles über Tiere Sie kann uns sagen, wie wir das stoppen können Oder auch nicht Tu doch was, Fluttershy Kannst du sie aufhalten? Ich hab schon alles versucht Ich hab sie gebeten und angefläht Folgendlich mit ihnen geredet und diskutiert Bevor Celestia kommt, müssen wir das unter Kontrolle kriegen Es wird ansonsten ganz schrecklich Wenn ihr mich fragt, dann ist jetzt alles schon ganz schrecklich Hier sind die Äpfel, die du bestellt hast, Fluttershy Aber ich frag mich, wieso du so viele wolltest Hey! Was sollen wir tun? Ich hab ne Idee Applejack kann gut mit Tierherden umgehen Ja! Wir treiben sie zurück in den Wald Okay, ich kann das übernehmen Aber ich brauche dazu eure Hilfe Twilight und Rarity warten da drüben Ich werde versuchen, die Kerlchen auf euch zuzutreiben Rainbow Dash und Fluttershy Bleibt nah über ihnen Sie dürfen nicht wegfliegen Ei, ei! Jeeha! So weit in Ordnung Und jetzt weiter Ponys Achtung Rarity, da will dir einer abhauen Hol ihn zurück Rainbow Dash Haltet durch Mädels Das kriegen wir hin Pinky! Twilight! Wir haben nicht mehr viel Zeit Wem sagst du das? Die Prinzessin kann jeden Augenblick hier sein Das ist richtig Deshalb müsst ihr jetzt alles stehen und liegen lassen Und mir helfen, Rumba-Rasseln aufzutreiben Rumba-Rasseln? Pinky, wir haben ein größeres Problem, als Rumba-Rasseln zu finden Genau! Eine Riesentuba wäre jetzt noch viel wichtiger Zeug mir! Ich sagte, folgt mir Pinky Pie! Wieso? Bist du nur immer so durch den Wind Und wieso seid ihr nur so stur? Vergesst Pinky-Mädels Aufpassen! Treibt sie an! Weiter vorwärts! Das hätten wir! Autsch! Wir haben es geschafft! Gut gemacht, Applejack Ohne euch wäre mir das nicht gelungen Lasst uns schnell zurückgehen Und aufräumen, bevor die Prinzessin da ist Okay, ihr wisst alle, was ihr zu tun habt Wir müssen uns beeilen, um die Zeit wieder einzuholen Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Nun ja, ich hab einen von ihnen behalten Ich konnte einfach nicht anders Sie sind halt so süß Wir haben keine Zeit, sie noch mal zusammenzubringen Was machen wir denn jetzt? Wir überlassen es der Wetterpolizei Zeit für eine kleine Wirbelstürm-Aufroll-Aktion Das war super, Rainbow Dash! Unser Problem ist anscheinend gelöst Ja genau, mit diesen Becken Hey, jetzt ist sie zurück! Wow! 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 Ich kann sie nicht halten! Sie brechen aus! Pinkie Pie, was hast du getan? Ich habe meine nagelneuen Becken verloren Das habe ich getan! Könntest du deine blöden Instrumente mal einen Moment vergessen? Du hast unsere Dorfrettungsaktion ruiniert Ich? Ruiniert? Ich bin keine Ruiniererin Ich bin die Ruinierte Äh, oder heißt es Ruinesse? Oder Ruinette? Kommt mit, Mädels Mit der kann man doch gar nicht reden Die hat ja nicht alle Äpfel unterm Baum Hey, ich sag euch was Was das Ruinieren angeht, steht hier total auf dem falschen Huf Vielleicht könntet ihr mir einfach mal zuhören Was sollen wir jetzt tun? Und wir essen ja alle Lebensmittel auf Oh, meine Äpfel Wir müssen etwas unternehmen Ich weiß es Ich werde sie verzaubern Dann hören sie auf zu essen Hier, ich habe Trommeln Wenn ihr mal kurz... Ach, hey, hat funktioniert Beschränkt sich aber auf unsere Lebensmittel Oh nein, ich muss sofort wieder in meine Boutique Jedes Pony rönt sich, wenn's kommt Meine Kleider Kusch aufhören, du Ungezogenes Ich rötte dich Kein fremdes Tierchen wird die Ernte unserer Plantage aufessen Haltet euch bereit Ich seh, sie kommt Das hab ich nicht kommen sehen Hilfe! Hilfe! Sie fressen die Wörter Hilfe! Hilfe! Bist du verrückt geworden? Zecora, diese kleinen Kerle verschlingen ganz Ponyville Und heute kommt die Prinzessin Kannst du uns helfen? Bitte! Oh, diese kleinen Monster, die überhaupt nichts taugen Ist das ein Parasprite vor meinen Augen? Keine Ahnung, ist es einer? Alle Welt weiß, sie sind nur zum Fressen geboren Und leben sie in Ponyville dann Seid ihr verloren! Oh nein! Da kommt sie! Da kommt sie! Okay, folgender Plan Rainbow Dash, du musst sie ablenken Gut, die anderen bauen solange ein neues Ponyville Da drüben, wir haben eine Minute Sekora hatte recht Wir sind verloren Oh nein! Die Prinzessin und ihre Folge Es ist alles aus! Pinkie! Wir stecken hier mitten in einer Krise Wir haben keine Zeit für deinen Unsinn? Duh! Duh! Twilight Sparkle, meine treue Schülerin Hallo Prinzessin Es ist so schön, dich und deine Freundinnen wiederzusehen Und? Wie war die Reise? War viel Verkehr? Oh, was ist denn das? Diese kleinen Tierchen sind ja wirklich entzückend Sie sind eher alles andere als entzückend Vielen Dank, dass ihr mir einen solch schönen Empfang in Ponyville bereitet Ihr habt für mich ja sogar eine Parade organisiert Parade? Oh, ja, die Parade Aber es tut mir sehr leid Wir müssen meinen Besuch auf ein anderes Mal verschieben Philadelphia hat mich zu einem fürchterlichen Notfall gerufen Wie ich gehört habe, handelt es sich um eine Art Tierchenbefall Äh, Tierchenbefall? Ja, Massen von unglaublich lästigen Tierchen sind wohl in den letzten Tagen über die Stadt hergefallen Es tut mir leid, Twilight, dass ihr euch wegen mir so viel Mühe gegeben habt Was, Mühe? Was für eine Mühe denn? Aber bevor ich gehen muss, würde ich mir noch gern deinen neuesten Bericht über die Magie der Freundschaft anhören Meinen neuesten Bericht? Hast du nichts Neues über Freundschaft gelernt? Doch, ich habe was Neues gelernt Dass die Lösung eines Problems manchmal etwas anderes sein kann, als man erwartet hätte Es kann besser sein, innezuhalten und sich die Ideen seiner Freunde anzuhören Auch wenn sie für einen selbst vielleicht keinen Sinn ergeben Ich bin unglaublich stolz auf dich, Twilight Sparkle Und ich bin sehr beeindruckt von deinen Freundinnen Es klingt, als würdet ihr alle eine Menge voneinander lernen Danke, Prinzessin Hey, wo will die Prinzessin denn hin? Ein Notfall in Philadelphia Anscheinend so eine Art Tierchenbefall Haben die es etwa auch mit Paris Brides zu tun? Naja, ich habe eine Tube, dann werde ich mal losflitzen Ich denke, die Prinzessin wird das schon regeln Du hast die ganze Zeit gewusst, was das für Tierchen sind, Pinkie Pie? Ja, was meint ihr, wieso ich so wild darauf war, die Instrumente zu organisieren? Aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören Du hast recht, Pinkie Pie, und es tut uns wirklich leid Ja, entschuldige, Pinkie Du bist eine tolle Freundin Selbst wenn wir dich nicht immer verstehen können Danke, Mädels Ihr seid auch tolle Freundinnen Und ich verstehe mich ja selbst nicht immer Du hast mein Ansehen bei Prinzessin Celestia gerettet Und was noch viel wichtiger ist Auch ganz Pony will Oder auch nicht Sieh hier rüber, Spike Äh, entschuldige Damit dieser Trick funktioniert, muss ich meine ganze Konzentration aufbringen Spike, dieser Zauber braucht unsere volle Aufmerksamkeit Anders geht das nicht Ich kann nichts dafür Hey, sieh doch Ah, kümmere dich nicht um sie Das ist typisch, Pinkie Pie Heute ist sie super extra, Pinkie Pie Zuck, 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 zuck Pinkie Pie, was in aller Equestria-Welt ist denn schon wieder mit dir los? Oh, es ist mein Schweif, mein Schweif Er zuckt und zuckt und du weißt, was das heißt? Ehrlich gesagt, Pinkie, ich hab nicht den blassesten Schimmer Wenn mein Pinkie Schweif zuckt, hat das zu bedeuten, dass gleich irgendwas vom Himmel fällt Ihr solltet besser in Deckung gehen Oh, Pinkie, es wird heute nicht regnen Es ist ja kaum ein Wölkchen zu sehen Guter Fang, hat er in Froschsprache gesagt Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an Abenteuer, Spaß und Spiel Und etwas fürs Herz Von allem ganz viel Lieb und freundlich Zueinander sein Und obendrein gibt's Zauberrei Meine kranken Pony Meine allerbesten Freunde sein Ihr Oh, entschuldigt, es tut mir furchtbar leid Hast du dir wehgetan, Twilight Sparkle? Ich konnte es nicht mehr mit ansehen, dass unsere Teiche so voller Frösche sind Die Frösche müssen sogar schon übereinander hüpfen Also hab ich beschlossen, so viel ich kann zum verlassenen Froschsumpf zu bringen Absolut verständlich Bis dann! Ähm, Twilight, ich glaube, du hast da immer noch etwas im Gesicht Oh, wirklich? Hat dir das auch dein zuckender Schweif mitgeteilt? Nein, das hab ich nur gesehen Lalalalalalalala Komm, Spike, wir setzen unsere Trainingsstunde da fort, wo weniger Betrieb ist Wow, ist doch irre Pinky hat gesagt, dass was vom Himmel fällt und es ist auch passiert Ach, komm schon Sie hat gesagt, dass irgendwas fällt und zufälligerweise ist ein Frosch vom Himmel gefallen Es war nur ein Zufall und nichts weiter Mein Schweif, mein Schweif Zuckadizuck, zuckadizuck Es wird wieder etwas fallen Oh, Pinky, bitte Es wird nichts mehr fallen Oh nein, Twilight ist gefallen Passiert was, wenn ich ihr helfe? Nee, ist okay Er hat aufgehört zu zucken Das war der Wahnsinn Oh, bitte Äh, Twilight, wieso sitzt du denn im Graben? Weil Pinky Pie es vorhergesagt hat Nein, Blödsinn, Spike, hat sie nicht Zwei Zufälle hintereinander, okay, das ist höchst unwahrscheinlich Aber immer noch wahrscheinlicher, als dass ein zuckender Schweif die Zukunft vorhersagt Der zuckende Schweif? Pinkys sechster Sinn Du bist sicher, keine Angst, die Vorhersage hat sich schon erfüllt Oh nein, jetzt sag bitte nicht, dass du auch an den Mist glaubst Ich weiß, das ergibt wenig Sinn, aber diejenigen, die schon länger in Pony will leben, haben gelernt, dass sie, wenn an Pinky irgendwas zuckt, besser darauf hören Meine Ohren fangen an zu zucken, meine Ohren fangen an zu zucken Und was hat das zu bedeuten? Ab mit dir in die Badewanne Hä? Badewanne? Ich finde, das Ganze wird von Minute zu Minute lächerlich Im Grunde funktioniert das so Ich bekomme so ein unbestimmtes Gefühl und das kann vieles heißen Wenn zum Beispiel mein Rücken juckt, wird es auf jeden Fall mein Glückstag Und wenn mein Knie anfängt zu zwicken, wird etwas ganz Unheimliches passieren Hat es schon angefangen zu zwicken? Nein, aber meine Schulter kribbelt Es muss ein Krokodil in der Wanne sein Aber dein Knie hat doch gar nicht gezwickt Das war nicht nur unheimlich, sondern lebensgefährlich Nein, Quatsch, Blödsinn Das ist mein Kuschelkrokodil Gummy Es hat gar keine Zähne Siehst du? Ja, okay, ich hab's kapiert Also, irgendwie glaube ich noch nicht an diesen sechsten Sinn Das wirkt auf mich wie hokus pokus Wo ist denn der Unterschied zwischen deiner Magie und meinem sechsten Sinn? Also, zum einen Magie ist etwas, das man studiert und üben muss Und man setzt sie nur ein, wenn man etwas ganz Besonderes erreichen will Und das ist bei deinem sechsten Sinn einfach nicht gegeben Was du da machst, ist einfach völlig ohne Sinn Das ist sowas von gelogen, Twilight Manchmal passieren die merkwürdigsten Dinge in meinem Körper Und die sagen mir dann irgendwie die Zukunft voraus Ich nenne sie Kombis Kombis? Klar Zum Beispiel Ohr wackeln, Knie zittern und dann Augen flattern Das bedeutet, dass bald am Himmel ein wunderschöner Regenbogen erscheinen wird Ja, ganz bestimmt Oh oh, da ist eine Kombi im Anmarsch Ohr wackeln, Augen flattern, Knie zittern Du sagtest doch, die Kombi bedeutet einen wunderschönen Regenbogen Oh, nein, 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 nein Das ist Ohr wackeln, Knie zittern und Augen flattern Das war jetzt Ohr wackeln, Augen flattern und dann Knie zittern Das bedeutet Achtung vor sich öffnenden Türen Alles okay? Oh, ich glaube das einfach nicht Du glaubst es nur nicht, weil du es nicht verstehen kannst Hm Okay, wenn wieder etwas zuckt, bekommen wir dazu alle wissenschaftlichen Informationen Okidoki-Loki Spürst du irgendwas? Meini-Kaimi Und jetzt? Irgendwas? Oh, Momentchen Äh, nein Soll das ein Scherz sein? Den ganzen Tag lang hast du ohne Ende diese Zuckung? Und jetzt, wo ich dich an das Gerät angeschlossen habe, kriegst du keine? Ich kann doch nichts dafür Sie kommen, wie sie wollen Das ergibt keinen Sinn Manchmal muss man gewisse Dinge einfach hinnehmen Auch wenn man sie nicht versteht Ich glaube aber keine gewissen Dinge, wenn ich sie nicht verstehe Oh, warte Ich spüre da etwas Ist ja toll Was, was ist es? Oh, mein Magenknot Das bedeutet, dass ich hungrig bin Wollen wir was essen? Weißt du was? Von mir aus vergiss es Ich muss gar nicht mehr darüber wissen Ich muss es auch gar nicht verstehen Es ist mir total egal Okidoki-Loki Pinky, hast du Twilight gesehen? Mhm Twilight, was machst du da an der Tür? Du hattest das doch geplant Hä, was? Das ist doch lächerlich Das kann überhaupt nicht sein Das ergibt keinen Sinn Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen muss diese Daserfär thaus Ich gehe Danke! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hm, ihre Nase juckt. Ha, ha, ha. Aha, das ergibt keinen Sinn. Ha, sie versteckt sich, als würde bald was vom Himmel fallen. Aber ein zuckender Schweif bedeutet, dass was vom Himmel fällt, nicht eine juckende Nase. Das bedeutet meiner Meinung nach eindeutig, dass... Spike, wo willst du hin? Ich versuche dir den Wert einer wissenschaftlichen... Au! Ah! Au! Au! Und was macht sie jetzt? Sie schnuppert an Blumen. Ach du meine Güte, was kann das denn wohl bedeuten? Wahrscheinlich, dass diese Blume gut riecht. Warte, jetzt passiert was. Ohr wackeln, Augen flattern, Knie zittern. Moment, ist das nicht diese Kombi? Das heißt, Achtung vor sich öffnenden Türen. Ich habe allmählich das Gefühl, dass du diesen Mist glaubst. Hier, ich beweise dir, dass du vor nichts Angst haben musst. Na bitte. Ich habe dir doch versprochen, dass du vor nichts Angst hast. Ja! Au! Au! Twilight, du kommst mich ja in meinem neuen Abwehrkeller besuchen. Wie schön. Alles okay? Äh, Twilight? Tja, komm ich helf dir. Okay, bitte notieren. Zuckender Schweif. Zuckender Schweif. Zuckender Schweif! Leise! Pinky darf nicht wissen, dass wir hier sind vergessen. Es wird etwas fallen, es wird etwas fallen. Rente um euer Leben! Da! Spike, mal ehrlich, du überreagierst. Ah! Hey, Applejack, was tust du gerade? Ich bring die Äpfel in meinen neuen Apfelkeller. Und was ist mit dir, Pinky? Was machst du so? Au! Ich lasse Twilight hinter mir herschleichen, ohne dass ich es weiß. Du wusstest es die ganze Zeit? Und wieso sagst du da nichts? Du Möchen! Es war doch dein großes Geheimnis! Dein Schweif. Zuckt der noch? Nein. Ich würde sagen, die Luft ist rein, wenn man das so sagen kann. Oh nein, was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Das Rütteln hatte ich noch nie vorher. Aber was auch immer es war, das Rütteln war der Hammer. Irgendwas völlig Unerwartetes wird passieren. Und wo wird es passieren? Im verlassenen Froschsumpf. Da wollte Fluttershy doch heute hin. Oh nein, hat es was mit ihr zu tun? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sollten lieber nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Beruhigt euch mal, Ponys. Alles, was wir momentan wissen, ist, dass Pinkie Pie durchgerüttelt wurde. Das ist alles. Hey, ich dachte, du glaubst nicht an diesen Kram. Ganz genau. Ich will nur unbedingt dabei sein und Pinkies Gesicht sehen, wenn wir herausfinden, dass überhaupt nichts passiert ist. Okidoki. Ist dir kalt? Brauchst du eine Jacke oder sowas? Nein, danke. Mir geht's gut. Meinst du, dass Fluttershy was passiert sein kann? Nein, ich hoffe nicht. Ich weiß, aber was denkst du wirklich? Ich versuch nicht, darüber nachzudenken. Ich auch nicht. Aber, ähm, ich denke trotzdem darüber nach. Weißt du, vielleicht ist sie explodiert. Einfach explodiert? Ohne guten Grund? Ja, einfach bumm. Wow. Ja, ich weiß. Wartet. Was ist, wenn sie explodiert ist und dann, und dann nochmal explodiert ist? Kann das passieren, dass man zweimal explodiert? Nein, natürlich nicht. Und was, wenn sie explodiert ist und wieder explodiert ist und dann... Könnt ihr damit aufhören? Es wird garantiert alles in Ordnung mit ihr sein. Ich hoffe, du hast recht. Um Fluttershy's Willen. Hey, da ist der verlassene Froschsumpf. Fluttershy! Fluttershy! Fluttershy, du lebst! Natürlich. Ah, was bin ich erleichtert. Ich bin so froh, dass mit dir alles okay ist. Entschuldigt. Ich weiß, man sollte sich nicht selbst loben. Aha! Aber ich habe gesagt, wir müssen keine Angst um sie haben. Und ich hatte recht. Pinky hat selbst gesagt, warum auch immer sie gerüttelt wurde. Es war der Hammer. Aber der einzige Hammer ist, dass ich völlig recht hatte. Äh, Twilight. Pinky hat zwar schon eine Menge vorausgesagt, aber... Was stinkt denn hier so gewaltig? Aber zumindest konnte ich beweisen, dass es keinen Sinn hat, an irgendwas zu glauben, das man nicht mit eigenen Augen sieht. Dann sieh doch mal hin, was da hinter dir steht, Twilight. Ich sehe es, aber ich glaube es nicht. Was ist das denn für ein Monster? Wen interessiert's? Räh! Oh, es tut mir so leid. Alle rauf auf den Hügeln! Hilfe! Ich komme, Spike! Halte durch! Ich glaube, wir können es schaffen! Pinky wird immer noch durchgerüttelt! Oh, seht mal, es hat aufgehört! Oh, es fängt schon wieder an! Das Monster wird gleich hier sein! Schnell! Einer nach dem anderen! Darüber! Kannst du nicht das Monster in eine Maus verwandeln? Nein! In ein Eichhörnchen? Nein! Oder in ein... In keine Nagetiere irgendwelcher Art! Tja, zu schade. Ein Hopp und dann ein Sprung! Hopp! Es kommt immer näher! Ich werde es ablenken! Ihr springt rüber! Los! Oh! Was würde ein tapferes Pony wie Rainbow jetzt tun? Ja! 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 Wir Schrösten! Ah! Ah! Wie? 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 Twilight! Du musst jetzt springen! Nein, so weit schaffe ich nicht! Doch, das klappt! Nein, das klappt nie! Eine andere Chance hast du nicht! Du musst dir unbedingt selbst vertrauen! Hilfe! Oh nein! Nein! Ja! Ich wusste, dass du es kannst, Twilight! Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Vielleicht war es Glück oder auch Zufall. Wenn du meinst, durchgerüttelt zu werden, sei der Hammer? Sag ich, was wir hier erlebt haben, war erst recht der Hammer! Also dieses Monster... Pinky? Das war es nicht! Hä? Was war was nicht? Worüber redest du denn gerade, Pinky? Das Monster bringt mich nicht zum Rütteln. Die Rüttelheit geht doch weiter! Seht ihr? Gerade schon wieder! Es ist was anderes im verlassenden Froschsumpf. Mein sechster Sinn sagt, dass noch gar nichts passiert ist! Äh, wie bitte? Was? Das Monster hat dich nicht gerüttelt? Wieso soll es das nicht gewesen sein? Was in aller Welt soll denn noch passieren? Weiß nicht, aber das war es halt nicht! Ich geb's auf! Was gibst du auf? Den Kampf! Ich komm nicht dagegen an! Ich versteh wieder warum, wieso oder was! Aber Pinky's Sexta Sinn ergibt irgendwie Sinn! Ich weiß nicht, wie es funktioniert, doch es funktioniert! Nur weil ich es nicht verstehen kann, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist! Du glaubst mir endlich! Ja! Ja, ich glaube dir! Das war es! Das war die Rüttelei! Brr! Was? Was jetzt? Dass du mir endlich glaubst! Ich hätte nie gedacht, dass das passiert! Und das hat mich durchgerüttelt! Na, wenn das mal nicht der Oberhammer eines Oberhammers ist! Oh gut, Spike, dass du kommst! Bitte notiere! Mit Vergnügen, Twilight! Liebe Prinzessin Celestia, ich möchte dir etwas mitteilen! Spike, du musst dich besser konzentrieren! Ich weiß, aber ich... Naja... Was ist denn, Spike? Hast du mich etwa noch nie mit einem Regenschirmhut gesehen? Nicht wirklich, nein! Pinky's Schweif zuckt schon wieder! Was soll ich denn sonst tun? Ich möchte dir mitteilen, etwas erkannt zu haben! Es gibt wunderbare Dinge auf dieser Welt, aber man kann sie nicht erklären! Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass sie nicht auch wahr sein können! Man kann sich entscheiden, ob man daran glaubt! Und manchmal kann dir eine gute Freundin den Weg zeigen! Ha! Viele Grüße, deine treu ergebene Schülerin, Twilight Sparkle! Ha! Jetzt zuckt er schon wieder! Na toll! Ich frage mich, was dann wohl dieses Mal vom Himmel fällt! Nun, das kann man nie wissen! Zuckender Schweif! Du heiliges Drachenei! Schreibfeder? Erledigt! Papier? Erledigt! Ersatztinte? Erledigt! Ersatz-Ersatztinte? Erledigt! Ist das alles auf der Checkliste? Ja! Super! Dank der Checkliste haben wir alles, was wir für eine Checkliste brauchen! Also können wir eine Checkliste für die Sachen machen, die ich heute noch erledigen muss! Fertig? Fertig! Nummer 1! Eine Checkliste der Sachen erstellen, die ich heute noch erledigen muss! Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann? Hey, Little Pogies! Davon botet ihr die Freundschaft mir an! Abenteuer! Spaß und Spiel! Und etwas fürs Herz! Von allem ganz viel! Lieb und freundlich! Zueinander sein! Und obendrein gibt's Jörberein! Seine ehrlichen Pony! Seine allerbesten Freunde seid ihr! Wie machen wir uns, Spike? Mal sehen! Wir haben schon deinen Umhang in die Reinigung gebracht? Chirilee ihre Tafel zurückgegeben? Neues Papier und Federn im Schreibwarenladen bestellt? Hm, wir hatten die Sachen vor ein paar Tagen doch schon mal neu bestellt! Ich versteh nicht, wieso wir so viel davon verbrauchen! Anscheinend liegen wir gut im Zeitplan! Was kommt als nächstes? Törtchen! Äh, ich hatte nur zwölf bestellt! Oh, ich weiß ja, Liebes! Aber ich hatte noch eines übrig, also hab ich einfach auf 13 aufgerundet! Tja, das ist sehr freundlich von dir! Nur leider kleckert die Glasur von dem Extra-Törtchen auf das Törtchen, das daneben steht! Siehst du? Oh, na sicher! Ich möchte sie nachher zu einem Picknick mitnehmen und es soll kein Pony das Gefühl haben, dass ein anderes Pony mehr Glasur bekommt! Oh, ähm, nein, natürlich nicht! Keine Sorge! Ich schiebe einfach ein bisschen von dem auf das andere! Hm, ich glaube, das war zu viel! Ups, jetzt ist auf beiden mehr Glasur! Ich werd's nochmal versuchen! Hm, nein, so geht das nicht! Aber vielleicht, wenn ich das hier hin mache und... Nein, das ist nicht gut! Auf das Törtchen muss mehr drauf und auf das da hinten auch! Genau! Noch ein kleines bisschen hier und hier und schon... ist es perfekt! Oh ja, du hast recht! Das ist viel besser! Okay! Zeit, den nächsten Punkt anzugehen, der auf... Ups! Sieht so aus, als müssten wir den Babydrachenbaden noch auf unsere Liste schreiben! Das ging ja echt schnell! War aber auch ein bisschen eklig! Naja, ich glaub, das war's! Noch nicht ganz! Checkliste dreimal checken, um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen haben, als wir die Checkliste zum zweiten Mal gecheckt haben? Äh, ja! Oh, ich hab die Schreibfeder viel zu lange gehalten! Jetzt hab ich einen Klauenkrampf! Gut, dass wir diese Woche Prinzessin Celestia nichts berichten müssen! Ich glaube, ich könnte kein Wort mehr schreiben! Wir haben Prinzessin Celestia diese Woche keinen Brief geschickt? Nein? Ist das schlecht? 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 Klar ist das schlecht! Ich soll Prinzessin Celestia jede Woche einen Brief schreiben, welche Lektion ich über Freundschaft gelernt hab! Nicht jede zweite Woche! Nicht alle zehn Tage! Jede einzelne Woche! Oh, wo ist mein Kalender? Wo ist mein Kalender? Da, wo er immer ist? Wann haben wir den letzten Brief geschickt? Letzten Dienstag? Na gut, und heute ist... Dienstag? Ja! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Wenn ich ihr bis Sonnenuntergang keinen Brief schicke, dann gerate ich... In Verzug! Und was heißt das? Das heißt, ich bin zu spät dran, Spike! Zu spät! Oh, wie konnte mir das nur passieren? Ich bin doch immer so gut organisiert! Ich war noch nie mit einer Aufgabe zu spät dran! Oh, bitte! Du bist die fleißigste Schülerin aller Zeiten! Die Prinzessin verzeiht dir sicher, wenn du einmal eine kleine Frist versäumst! Ich habe Angst, das Risiko einzugehen! Wir reden hier von der Herrscherin über ganz Equestria! Über das Pony, das mein Schicksal in seinen Hufen hält! Was, wenn sie mir nicht verzeiht? Naja, ich glaube nicht, dass... Was ist, wenn sie denkt, dass ich meine Studien über die Freundschaft nicht ernst nehme, Spike? Warum sollte sie... Was ist, wenn sie mich zwingt, wieder nach Cantalot zurückzukehren, mich dort in die Schule steckt und ich dann einen Test schreiben muss, um ihr zu beweisen, dass ich es ernst nehme? Was, wenn ich den nicht bestehe? Warum solltest du nicht bestehen? Das Pony ist doch meine Lehrerin! Hast du eine Ahnung, was Lehrer mit Schülern machen, die nicht bestehen? Sie lassen sie die Klasse wiederholen! Aber das reicht in meinem Fall nicht! Sie schickt mich sicher zurück in den... magischen Kindergarten! Twilight! Twilight! Also, sowas Lächerliches habe ich wirklich noch nie gehört! Sie schickt dich doch nicht zurück in den magischen Kindergarten! Du hast recht! Ich habe keinen Grund, mir Sorgen zu machen! Ich werde nämlich das Problem einer Freundin lösen und den Brief an Prinzessin Celestia noch vor Sonnenuntergang abschicken! Also, hast du irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten, Fragen oder Aufgaben, ob groß oder klein, bei denen ich dir als gute Freundin behilflich sein könnte? Naja... Äh... Äh... Ich... Oh! Nein, leider nicht! Dann mache ich mich eben auf die Suche nach einem Pony, das meine Hilfe braucht! Oh... Das wird kein gutes Ende nehmen! Du schaffst das, Twilight! Du hast immer noch jede Menge Zeit, den Brief an Prinzessin Celestia zu schicken! Es muss doch hier irgendein Pony geben, das die Hilfe einer guten Freundin braucht! Äh... Rarity! Äh... Äh... Keine Angst, Rarity! Ich bin jetzt bei dir! Wieso ich? Wieso? 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 Von allen Katastrophen, die passieren können, ist das die aller, wirklich aller, schlimmste Katastrophe! Was ist passiert? Geht es dir gut? Ich habe mein schönes, mit Diamanten besticktes lila Band verloren! Und finde es nicht! Oben nicht! Und auch nicht hier unten! Weder oben, noch unten! Das Band ist einfach weg! Einfach weeeeg! Wie soll ich denn meine neueste Kreation fertigstellen, wenn ich es nicht finden kann? Keine Sorge, Rarity! Als deine Freundin helfe ich dir gerne bei der Suche nach... Da ist es ja! Es ist doch immer an dem Ort, an dem man zuletzt sucht! Also, bis eben war dein lila Band noch weg? Mhm! Aber jetzt hast du es gefunden! Ja! Und sonst hast du keine Probleme, Rarity! Es gibt echt nichts, wobei ich dir als gute Freundin helfen könnte! Hm? Hm... Doch, eine Sache gäbe es! Wirklich? Ich habe mein Maßband zwischen den Stoffen da liegen gelassen! Könntest du es mir holen? Ah, das Maßband. Sicher. Twilight? Hast du was auf dem Herzen? Twilight? Kein Grund zur Panik! Rarity ist nicht das einzige Pony! Sicher braucht mich eine meiner anderen Freundinnen! Ja! 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 Was ist denn da nur los? Ja! Rainbow Dash muss sauer auf Applejack sein! Sie muss sie abgrundtief hassen! Wundervoll! Rainbow Dash! Stopp! Hör mal zu, Rainbow! Ich weiß, dass du sauer auf Applejack bist, aber nur keine Sorge! Was auch immer zwischen euch beiden vorgefallen ist, ich bin mir ganz sicher, dass ich euch als gute Freundin helfen kann, das Problem zu lösen! Äh, wovon redest du eigentlich? Oh, Rainbow Dash! Du musst deine Gefühle nicht von mir verstecken! Ich sehe doch, dass ihr euch schrecklich verkracht habt! Also, du kannst mir ruhig alles über deine Probleme mit Applejack erzählen! Ich habe keine Probleme mit Applejack! Hast du nicht? Und wieso zerstörst du dann ihre Scheune? Weil sie mich darum gebeten hat! Stimmt's, Applejack? Absolut! Ich will eine neue Scheune bauen, aber vorher muss die hier abgerissen werden! Aha! Also mach weiter, Rainbow! Alles klar, Boss! Geh lieber schnell in Deckung! Ich fass es nicht, dass ich so viel Zeit verschwendet habe! Ich hätte gleich hierher kommen sollen! Fluttershy versucht immer mit irgendwelchen Ängsten fertig zu werden! Und als gute Freundin kann ich ihr sicher dabei helfen! Fluttershy! Das kann doch nicht wahr sein! Wieso muss sie denn ausgerechnet heute damit aufhören, ein ängstliches Pony zu sein? Was soll ich denn jetzt nur machen? Du hättest wirklich früher zu mir kommen sollen, aber mach dir keine Sorgen! Ich werde deine Verspannungen ganz schnell lösen! Alles gut! Es wird alles gut! Der Tag ist noch nicht zu Ende! Aber er ist es bald! Dann ist alles vorbei! Meine Zeit den Pony will! Und auch meine Studien! Nein! Du bist eine gute Schülerin! Du schaffst das! Oh! Und was ist, wenn nicht? Du kannst das! Du musst dich nur zusammenreißen! Reiß dich zusammen! Redest du etwa mit dir selbst? Twilight? Jetzt komm mal wieder zu dir! Hä? Geht es dir gut? Twilight, ich mach mir Sorgen um dich! Die Sache mit dem Brief macht dich echt fertig! Hier bitte! Du warst heute so angespannt, dass du glatt das Picknick vergessen hast! Wieso rufst du dich nicht ein bisschen aus und versuchst... Das Picknick! Ich muss zu meinen Freundinnen! Endlich bist du zur Vernunft gekommen! Bitte sagt mir, dass ich die Teller nicht vergessen habe! Doch, habe ich! Ich habe sie total vergessen! Von allen Katastrophen, die passieren können, ist das die aller... 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 Schlimmste Katastrophe! Wieso nur ich? Wieso? Wieso? Was? Ihr dachtet doch wohl nicht, dass ich mich aufs Gras lege, oder? Ist alles okay? Nein! Es ist überhaupt nichts okay! Oh je! Was ist denn los? Es ist alles ganz furchtbar! Ja? Einfach nur schrecklich! Ja? Das ist das schlimmste Problem, das ich je hatte und ich brauche wirklich, wirklich, wirklich eure Hilfe! Ja? Ich bin mit meinem Brief an Prinzessin Celestia schon fast zu spät dran und ich habe heute noch nichts über Freundschaft gelernt! Da bin ich aber froh! Ich dachte schon, es wäre etwas Ernstes! Ernster geht es doch schon fast nicht mehr! Denn wenn ich den Brief nicht rechtzeitig abschicke, dann bin ich in Verzug! In Verzug! Nimm's nicht persönlich, aber es sieht so aus, als würde sich hier ein Pony völlig grundlos aufregen! Wie bitte grundlos? Meine Aufregung ist kein bisschen grundlos! Ich brauche einen Pony mit einem Problem, das ich noch vor Sonnenuntergang lösen kann! Mein ganzes Leben ist davon abhängig! Oh Twilight, du bist ja so lustig! Komm, setz dich zu uns und versuch dich ein bisschen zu entspannen! Ah! Ah! Wow, ich habe Twilight bisher noch nie so aufgebracht gesehen! Ach, muss man denn gleich so übertreiben? Ich weiß, wovon ich spreche! Die Uhr tickt Twilight? Oh ja, die Uhr tickt! Nö, reiß dich zusammen! Wenn ich keine Freundin finde, die ein Problem hat, dann verursache ich einfach ein Problem! Hallo ihr Süßen! Oh, hallo Twilight! Wie geht das? Großartig! Wirklich großartig! Sieht so aus, als klinge es euch auch großartig. Anscheinend seid ihr gute Freundinnen und braucht keine Hilfe von einer anderen guten Freundin. Das ist Smarty Pants. Sie war mein Ein und Alles, als ich so klein war wie ihr und jetzt möchte ich sie euch schenken. Sie ist toll, oder? Klar, toll. Ja, am besten gefällt mir ihre Mähne. Sie hat sogar ihr eigenes Notizbuch und eine Feder. Falls ihr mal so tun wollt, als würde sie ihre Hausaufgaben machen. Das ist klasse. Ja. Klasse. Aha. Am besten gefällt mir ihre Mähne. Ich hoffe nur, dass die Tatsache, dass ihr zu dritt seid und es nur eine von ihr gibt, nicht zu einem Problem wird. Ich will doch keinen Streit zwischen so guten Freundinnen verursachen. Wer will zuerst mit ihr spielen? Du solltest zuerst mit ihr spielen, Sweetie Belle, weil du ihre Mähne so magst. Nein, 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 nein. Äh, ich finde, Scootalo sollte zuerst mit ihr spielen. Das würde ich ja gern, aber ähm, nimm du sie, Apple Bloom. Applejack sagt immer, dass es wichtig ist zu teilen. Ich muss mir was einfallen lassen. Denk nach, Twilight, denk nach. Das ist es. Oh ja, wir werden Smarty-Fans schon noch mögen. Und zwar mehr als alles andere. Ich will sie. Ich brauche sie. Ich liebe ihre Mähne. Ich kann sie. Der Ich-will-es-Haren-Zauber funktioniert immer. Okay, okay, auseinander. Ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass wir hier eine wichtige Lektion über... Kommt schon, Mädels. Wir sind doch alle Freundinnen. Könnt ihr sie euch denn nicht teilen? Vergesst es! Macintosh, was für ein Glück. Du musst mir helfen, den Mädchen diese Puppe wegzunehmen. Äh, ja. Ich danke dir vielmals. Ja, gibst du sie mir bitte jetzt wieder? Hä? Oh nein! Stell sie mir her! Stell sie mir her! Was soll denn das ganze Geschrei? Sie streiten sich um diese Puppe, weil sie so unglaublich toll ist. Ich kann so nichts richtig zielen! Los, gib her! Oh, was hab ich getan? Wir werden schon sechs! Hört ihr das auch? Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Kann mir mal einer sagen, was zum Apfelbaum hier los ist? Ah! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Ich stehe! Nein! Sieh sie nicht an! Was soll sie nicht ansehen? Meine Smartypants-Puppe! Ich hab sie verzaubert und jetzt streiten sich alle um sie! Warum hast du denn deine Puppe verzaubert? Ich musste etwas unternehmen! Ich hatte Prinzessin Celestia nichts zu berichten! Ich dachte, wenn ich kein Problem finde, verursache ich eben eins! Aber der Tag ist jetzt gleich um! Ja, da hast du leider recht! Ich warte, lass doch schnell cruiseien! Twilight Sparkle! Oh, Yaymini! Oh, Yimini! Oh! Und? Wir treffen uns in der Bibliothek. Macht's gut, Leute. Es war schön mit euch. Ihr findet mich ab jetzt im magischen Kindergarten in Canterlot. Im magischen Kindergarten? In Canterlot? Wir werden Twilight nie wiedersehen. Was sollen wir nur tun, Leute? Von allen Katastrophen, die passieren können, ist das die aller, wirklich aller, schlimmste Katastrophe? Was? Was? Dieses Mal meine ich es ernst. Aber ich, ich sollte dir doch jede Woche einen Brief über Freundschaft schicken. Und ich habe diesmal die Frist verpasst. Ich bin eine schlechte Schülerin. Ich bin zu spät. Du bist eine wunderbare Schülerin, Twilight. Und das weiß ich auch ohne einen wöchentlichen Brief. Wirklich? Warte! Du darfst sie nicht bestrafen! Es war nicht ihre Schuld. Ich bin ganz ohr. Bitte, Prinzessin. Wir wussten, wie aufgebracht Twilight war. Wir dachten, sie legt sich über Dinge auf, die es nicht wert sind, sich darüber aufzuregen. Als sie völlig außer sich weggerannt ist, hat keiner von uns versucht, sie aufzuhalten. Als Twilights gute Freundinnen hätten wir ihre Gefühle ernst nehmen und für sie da sein müssen. Bitte, bitte, nimm sie uns nicht weg, nur weil wir zu unsensibel waren, ihr zu helfen. Anscheinend habt ihr alle heute eine sehr wertvolle Lektion gelernt. Sehr schön. Ich werde auf Twilights Bestrafung verzichten, unter einer Bedingung. Ja, natürlich, Prinzessin. Von heute an möchte ich, dass ihr mir alle eure Erkenntnisse über die Magie der Freundschaft mitteilt. Aber nur, wenn ihr auch wirklich welche gewonnen habt. Ja! Prinzessin Celestia, warte mal. Woher wusstest du von meinen Schwierigkeiten? Dein Freund Spike hat mir erzählt, dass du dich von deinen Ängsten überwältigen lässt. Ich habe ihn dafür gelobt, dass er deine Gefühle ernst nimmt. Also, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss zurück nach Cantalot. Ich hoffe, ich kriege bald Post. Ihr habt die Prinzessin gehört. Spike, bitte notiere. Liebe Prinzessin Celestia, wir schreiben dir, weil wir heute alle ein bisschen was über Freundschaft gelernt haben. Wir haben gelernt, dass man die Sorgen von Freunden ernst nehmen sollte. Auch wenn man der Meinung ist, dass die Sorgen eigentlich unnötig sind. Und man sollte auf keinen Fall zulassen, dass aus einem kleinen Problem... Ein riesengroßes Wirt, das die ganze Stadt ins totale Chaos stürzt und die Prinzessin kommen muss, um das Problem zu lösen. Gezeichnet, deine treuen Untertan. PS. Anscheinend musste Spike keine Lektion lernen, weil er der beste und hammermäßigste Freund ist, den sich ein Pony wünschen kann. Im Gegensatz zu allen anderen Ponys hat er die Lage ernst genommen. Äh, okay, ich streich das wieder. Das hab ich gemacht, nur für dich, Rarity. Ganz genau. Das ist ein Eiscreme-Haus. Mit Schokoladenziegeln. Na, Marshmallow-Garage. Twilight? Oh, Heißbike. Es ist mitten in der Nacht, warum trabst du so auf und ab? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie du zu so einer Zeit schlafen kannst. Um drei Uhr morgens? Es ist schrecklich, es ist furchtbar, es ist tragisch. Äh, das verstehe ich nicht. Was ist denn los? Hier, verstehst du jetzt, was los ist? Haben wir vergessen, den Baumpflanztag zu feiern? Nein. Das Problem ist, ich hab gerade meinen Plan für diesen Monat gemacht, aber ich hab vergessen, Zeit für die Planung des nächsten Monats einzuplanen. Verstehst du denn nicht? Es bleibt keine Zeit in meinem Terminkalender für einen weiteren Plan. Ich könnte mein Treffen mit dem Heuaufsichtsrat von Ponyville auf nächsten Dienstag verschieben, aber dann müsste ich mein Mittagessen mit Pinkie Pie verlegen und du weißt, wie schlecht sie im Planen ist. Das ist eine absolute Katastrophe. Das bringt mein ganzes Jahr durcheinander. Mein Eiscreme-Traum war so schön, wär ich bloß nicht aufgewacht. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. Mein Eiscreme-Traum. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel, lieb und freundlich. Zueinander sein und obendrein gibt's Zauberrei. Meine herrlichen Pony. Meine allerbeste Freunde seit ihr. Oh mein Gott, ich glaub ich hab's. Wenn ich es schaffe, die Kunst der Unsichtbarkeitszauber und Dorlofs Kurzfassung der Geschichte von Cantalot gleichzeitig zu lesen, gewinne ich dadurch eine halbe Stunde für die Planung. Hä? Was ist denn jetzt los? Twilight, du musst mir zuhören. Wer bist du? Ich meine, du bist ich, aber ich bin auch ich. Wie kann es zwei von mir geben? Das ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Du bist wissenschaftlich gar nicht möglich. Twilight, bitte. Ich hab eine sehr wichtige Botschaft aus der Zukunft für dich. Du kommst aus der Zukunft? Genau, jetzt hör zu. Was ist mit dir passiert? Die Zukunft scheint ja furchtbar zu sein. Bitte. Ich hab nicht viel Zeit. Gibt es in der Zukunft vielleicht sowas wie einen furchtbaren Ponystreit? Ehrlich gesagt komm ich vom nächsten Dienstagmorgen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass Zeitreisen wirklich möglich sind. Wie hast du... Ich meine, ich. Wie hab ich das rausgekriegt? Die Zauber sind in den Archiven von Cantalot. Aber das ist nicht... Wirklich? Wo? Die hab ich noch nie gesehen. In der Starspool der Bärtigerabteilung. Aber jetzt hör mir endlich zu. Machen Zeitreisen Spaß? Oder tun sie weh? Ich hab ja so viele Fragen zu... Ich muss dir etwas extrem Wichtiges über die Zukunft sagen und ich hab nur noch ein paar Sekunden Zeit dafür. Also jetzt hör zu. Was auch immer du tust. Zukunft Twilight. Oh nein. Wovor wollte sie mich nur warnen? Ihre Kleidung, ihre Mähne, diese Narbe. Oh, sie hat furchtbar ausgesehen. Ich meine, also ich. Was wird mit mir geschehen? Was auch immer Schreckliches in der Zukunft passieren wird, ich soll es sicher verhindern. Ach, komm schon, Fluttershy. Die Party kann erst anfangen, wenn die Sachen für die Party alle im Haus sind. Ich helf dir sehr gern. Aber kann ich nächstes Mal die Ballons treiben? Hört zu, meine Ponys. Ich habe euch etwas wirklich Wichtiges zu sagen. Hört auf zu lachen. Ich mein's ernst. Uns steht eine große Krise bevor. Mein Zukunfts-Ich hat mir gerade einen Besuch abgestattet. Das ist kein Witz. Mein Zukunfts-Ich hat versucht, mich vor einer schrecklichen Katastrophe zu warnen, die irgendwann vor nächsten Dienstagmorgen passieren soll. Was für eine Katastrophe. Keine Ahnung. Ich wurde zurück in die Zukunft gesogen, bevor ich es erklären konnte. Hängt um euer Leben. Was sollen wir denn nur tun, Twilight? Wie sollen wir eine Katastrophe verhindern, wenn wir nichts darüber wissen? Wir müssen einfach zusammenarbeiten, damit uns nichts passieren kann. Rainbow Dash, du und die anderen Pegasi verteilt euch über ganz Equestria und achtet auf alle Probleme, die zu einer Katastrophe führen könnten. Und ich meine wirklich auf alle. Wird gemacht! Alle anderen Ponys... Will sonst noch ein Pony mit mir in Panik geraten? Nein? Alle anderen Ponys machen Equestria mit mir katastrophensicher. Ja? Das war das? Ja? Erledigt, erledigt und erledigt. Applejack, was ist mit dem Wald der ewigen Magie? Das Gebiet ist gesichert. Sehr gut. Und mein Team hat von Philadelphia bis Las Pegasus Entwarnung gegeben. Ausgezeichnet. Gut, wir haben alles auf der Liste erledigt. Aber trotzdem, mein Zukunfts-Ich sah aus, als hätte es etwas Furchtbares durchgemacht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir nach was Größerem als lockeren Schrauben und undichten Rohren suchen müssen. Okay, alle Ponys hergehört. Tut das, was ich tue. Was ist das für ein Ding? Das ist Cerberus. Er bewacht eigentlich die Tore von Tartaros. Aber wenn er hier ist, dann können all die bösen Kreaturen, die dort eingesperrt wurden, fliehen und Equestria zerstören. Equestria zerstören? Genau. Ist das nicht toll? Hey, Cerberus, du brauchst wohl mal ein bisschen Gehorsamstraining. Magisches Gehorsamstraining. Oh, du bist ja so ein süßer, dreiköpfiger Hund. Wow, ich wusste, dass du gut mit Tieren kannst, aber das ist unglaublich. Ach, er ist doch nichts weiter als ein großes Fellknoll, das von zu Hause weggelaufen ist. Hab ich recht, Cerberus. Ja, du bist ein braver Junge. Pinky? Ja, Twilight? Hast du einen Ball, den ich mehr leihen kann? Ja, ich habe überall in Ponyville Bälle versteckt. Sollte es mal einen Ballnotfall geben. Hey, Cerberus. Sieh mal, was ich hier habe. Ich bringe ihn ganz schnell zu den Toren von Tartaros zurück. Wenn er wieder zu Hause ist, kann es keine Katastrophe geben. Ich wünschte, Twilight würde öfter zu spannenden Abenteuern aufbrechen. Ich habe seit Wochen mal wieder durchgeschlafen. Hey, Twilight. Wie lief es mit Cerberus? Sehr gut. Er war zurück, bevor eine der bösen Kreaturen flüchten konnte. Oh nein. Ganz ruhig, Prinzessin Celestia schreibt nur, dass Cerberus verschwunden ist. Sie hat wohl noch nicht gehört, dass wir ihn schon gefunden haben. Darum geht's nicht. Sondern darum. Um eine Schnittwunde? Also du musst echt härter im Nehmen werden, Twilight. Mach sie einfach sauber und dann ist alles gut. Die Wunde ist an der gleichen Stelle wie die Narbe auf der Wange der Zukunfts-Twilight. Wir haben die Zukunft kein Stück verändert. Die Katastrophe steht uns immer noch bevor. Ich habe Cerberus doch rechtzeitig zurückgebracht. Also wodurch wird dann die Katastrophe ausgelöst? Keine Ahnung, aber vielleicht solltest du mal aufhören hin und her zu traben. Du hast schon eine Furch in den Boden gelaufen. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Vorträge, Spike. Das ist eine ernste Sache. Ich halte Vorträge? Ich habe alles Erdenkliche getan, um die Zukunft zu ändern. Aber es hat nicht funktioniert. Also ist es vielleicht nicht das, was ich tue, sondern das, was ich nicht tue. Wenn ich bis nächsten Dienstag hier stehen bleibe und mich kein bisschen rühre, dann kann ich unmöglich das tun, wovor mich Zukunfts-Twilight warnen wollte. Ist das dein Ernst? Also, was auch immer passiert, du rührst dich kein Stück von der Stelle, richtig? Nun, wenn das so ist, stürzt dich sicher nicht, wenn ich einen Heimer voll Eiscreme esse. Hm. Das schmeckt so gut. Spike, hör auf. Du kriegst noch Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, hä? Das ist das Problem des Zukunfts, Spike. Hey, Twilight, das Pegasus-Pony aus Baltimore ist zurück und hat Entwarnung gegeben. Was ist denn hier los? Willst du ihn nicht aufhalten? Nein, das will sie nicht. Sie will sich bis nächsten Dienstag nicht von der Stelle rühren. Sie glaubt auch echt, sie könnte so die Katastrophe verhindern. Oh, das ist wirklich lustig. Hey, Twilight, da ist eine Maus direkt hinter dir. Warte, warte, warte. Ich versuch's mal. Oh, nein. Was ist passiert? Das tut mir so leid. Das hab ich nicht gewollt. Es war nur ein Missgeschick. Zeigt es mir. Äh, ich bin mir nicht so sicher, ob das... Zeigt es mir. Oh, nein. Genau diesen Mähnenschnitt hatte die Zukunfts-Twilight. Weißt du was? Ich finde wirklich, es sieht gar nicht mal so schlimm aus. Ist mir egal, wie es aussieht. Das zeigt auch nur, dass sich die Zukunft nicht geändert hat. Nichts zu tun hat also auch nicht funktioniert. Ich wünschte, ich könnte irgendwie rausfinden, was passieren wird, damit ich es verhindern kann. Du willst in die Zukunft sehen? Es gibt da vielleicht ein Pony, das dir helfen kann. Wo sind wir hier? Hier wohnt Madame Pinkie. Madame Pinkie? Komm in die Gemächer von Madame Pinkie Pie. Du suchst viele Antworten und um die zu finden, werden wir die mystische Kugel des Schicksals befragen. Gefällt dir meine mystische Kugel des Schicksals? Die ist ganz neu. Cool, hä? Ja, äh, besser geht's ja gar nicht. Nun sieh tief in die Kristallkugel hinein. Und dann wird sie dir schon sehr bald alles offenbaren. Ah ja, ich sehe etwas. Es ist eine Vision der Zukunft. Ich sehe dich, Twilight. Du bekommst nächstes Jahr ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk. Toll, oder? Ja, und sonst? Das ist alles. Bist du sicher? Yep, ich sehe nur ein cooles Geschenk. Pinkie, ich brauche deinen sechsten Sinn, um zu erfahren, vor welcher drohenden Katastrophe mich Zukunfts-Twilight wahren wollte. Aber meine Wahrsagerei hat doch nichts mit meinem sechsten Sinn zu tun, du Dummerchen. Und der funktioniert nur bei herannahenden Ereignissen. So wie jetzt. Siehst du? Wo kommt denn das Ding überhaupt her? Ich habe Twilight seit dem Blumentopf-Vorfall gar nicht mehr gesehen. Ich hoffe, sie ist nicht sauer. Seit gestern um 0,2 abgewichen. Gewaltiger Anstieg. Oh Mann, das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Hey, Pinkie. Twilight will wohl unbedingt rausfinden, was du für ein cooles Geburtstagsgeschenk kriegen wird, richtig? Wen interessiert's? Hauptsache, ich kann weiter Eiscreme essen. Entschuldige Zukunft, Spike. Geht es dir gut? Ach, Pinkie. Wie schön, dich zu sehen. Hilfst du mir dabei, das Spiegellinsen-Objektiv meines Teleskops neu einzustellen? Na sicher. Ich habe nachgedacht, nachdem ich bei Madame Pinkie war und mir der Blumentopf auf den Kopf gefallen ist. Siehst du den Verband? Sieht wie der aus der Zukunft aus. Schön. Durch den Blumentopf hatte ich eine Erleuchtung. Etwas zu tun ging nicht, nichts zu tun ging nicht und die Zukunft ließ ich auch nicht voraussagen. Also bleibt mir nur eine Möglichkeit. Ich muss alles überwachen. Das ergibt Sinn. Dann bin ich auf alles vorbereitet, was in der Zukunft passiert. Letzte Nacht dachte ich, da wäre was im Pferdekopfnebel, aber nachdem ich drei Stunden lang draufgestarrt hatte, wurde mir klar, dass ich mich geirrt hatte. Drei Stunden lang? Wann hast du geschlafen? Oh, überhaupt nicht. Ich habe nicht geschlafen, seit Zukunfts-Twilight hier war. Es sind nur noch drei Tage bis Dienstag, dann kann ich schlafen, so viel ich will. Du bist schon viel zu lange wach, Twilight. Ja, Dienstag ist nicht erst in drei Tagen, Dienstag ist schon morgen. Tinky, hast du das Spiegellinsen-Objektiv des Teleskops richtig eingestellt? Ich habe echt keine Ahnung. Mein Auge! Keine Sorge, Twilight, ich habe überall in Ponyville Augenklappen versteckt, sollte es mal einen Augenklappen-Notfall geben. So, jetzt siehst du wie ein Pirat aus, wie ein müder Pirat mit einem wirklich komischen Mänenschnitt. Die Augenklappe, das ist noch ein Zeichen. Fast alle Zeichen haben sich erfüllt. Ich habe nichts getan, was die Katastrophe verhindert. Wenn morgen Dienstag ist und die Katastrophe Dienstagmorgen passiert, dann gibt es nur eine Lösung. Ich muss ganz einfach die Zeit anhalten. Okay, die Archive von Cantalot sind gleich da drüben. Gehen wir! Äh, ich glaube aber nicht, dass wir hier rumschleichen müssen, Twilight. Es ist nicht verboten, durch Cantalot zu laufen. Wache! Nun macht schon, na los! Das war knapp. Ich verstehe auch gar nicht, wieso wir diese Dinger tragen müssen. Tragen wir die nicht nur zum Spaß? Nein, an dieser Sache ist nichts Spaßiges. Oh. Bist du sicher? Konzentriert euch! Wir müssen versuchen, irgendwie die Zeit anzuhalten. Die Zeitzauber befinden sich in der supersicheren Starswool der Bärtige Abteilung. Deswegen schleichen wir uns rein. Aufregend! Ist das lustig? Nein, das ist nicht lustig. Oh. Ich verstehe immer noch nicht, wieso sie sich in die Archive schleichen will, um etwas über ihr Geburtstagsgeschenk rauszufinden. Die Luft ist rein. Jetzt schiebt mich langsam durch das Fenster. Ah! Ah, los, bringen wir es hinter uns. Okay, wenn meine Berechnungen korrekt sind, dann müsste die Starswool der Bärtige Abteilung genau hier sein. Äh, Twilight? Was ist denn Spike? Sind wir hier nicht reingekommen? Cool, können wir nochmal durchs Fenster klettern? Das hat echt Spaß gemacht. Ich verstehe das nicht. Sie müsste eigentlich genau hier sein. Wie sollen wir sie jetzt nur finden? Vielleicht sollten wir mal in dieser Starswool der Bärtige Abteilung nachfragen. Wie konnte ich die übersehen? Seht euch mal all die kostbaren magischen Schriftrollen an. Es sind viel mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Twilight, die Woche! Was sollen wir jetzt tun? Was nur? Hey, Twilight, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich öffne dir mal die Tür. Danke. Oh nein! Seht nur, ich sehe genauso aus wie die Zukunfts-Twilight. Das letzte Zeichen hat sich erfüllt. Und das ist schlecht, richtig? Kommt schon! Es ist gleich Dienstagmorgen. Die Katastrophe könnte jeden Moment passieren. Aber wo ist der Zauber, der die Zeit anhält? Hier stehen sicher eine Million Schriftrollen rum. Ich weiß es nicht! Twilight, es ist vorbei. Es ist offiziell Dienstagmorgen. Nein! Dienstagmorgen! Die Katastrophe! Sie kommt jetzt! Ich weiß nicht, Twilight, es gibt keine Katastrophen. Sieht wie ein ziemlich schöner Tag aus. Guten Morgen, Twilight, ich mag deine neue Frisur. Also, schönen Dienstag noch. Wieso ist überhaupt kein Pony überrascht, dass ich hier drin herumschleiche? Kann es sein, dass es nie eine Katastrophe gegeben hat? Und dass ich mich wegen nichts und wieder nichts verrückt gemacht habe? Ich verstehe das nicht. Wenn dich die Zukunfts-Twilight nicht von einer Katastrophe warnen wollte, was hat sie dann versucht, dir zu sagen? Das weiß ich nicht. Aber eine Sache weiß ich. Ich sehe echt lächerlich aus. Ja, tust du. Und das alles nur, weil ich die Zukunft einfach nicht sich selbst überlassen konnte. Tja, das wird sich ändern. Von jetzt an löse ich die Probleme, wenn sie sich mir stellen. Und hör auf, mir über jede Kleinigkeit Gedanken zu machen. Das ist toll. Dann trafst du nicht mehr mitten in der Nacht hin und her? Ich trabe nachts nie wieder hin und her. Hätte ich diese Lektion doch nur vor einer Woche schon gelernt, dann wäre uns das alles erspart geblieben. Twilight, Twilight, ich habe etwas gefunden. Das hält die Zeit zwar nicht an, aber man kann damit in die Vergangenheit reisen. Hier steht, man kann nur einmal für wenige Momente zurückgehen. Hilft das? Pinky, du bist ein Genie. Juhu! Jetzt kann ich zurückgehen und der Vergangenheits-Twilight sagen, dass sie sich nicht wegen einer Katastrophe verrückt machen muss, die nie passieren wird. Twilight, du musst mir zuhören. Wer bist du? Ich meine, du bist ich, aber ich bin auch ich. Wie kann es zwei von mir geben? Das ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Du bist wissenschaftlich gar nicht möglich. Twilight, bitte. Ich habe eine sehr wichtige Botschaft aus der Zukunft für dich. Du kommst aus der Zukunft? Genau, jetzt hör zu. Was ist mit dir passiert? Die Zukunft scheint ja furchtbar zu sein. Bitte. Ich habe nicht viel Zeit. Gibt es in der Zukunft vielleicht sowas wie einen furchtbaren Ponystreit? Ehrlich gesagt komme ich vom nächsten Dienstagmorgen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass Zeitreisen wirklich möglich sind. Wie hast du? Ich meine, ich. Wie habe ich das rausgekriegt? Die Zauber sind in den Archiven von Cantalot. Aber das ist nicht... Wirklich? Wo? Die habe ich noch nie gesehen. In der Starsville der Bärtige-Abteilung. Aber jetzt hör mir endlich zu. Machen Zeitreisen Spaß? Oder tun sie weh? Ich habe ja so viele Fragen zu... Ich muss dir etwas extrem Wichtiges über die Zukunft sagen und ich habe nur noch ein paar Sekunden Zeit dafür. Also hör jetzt zu. Was auch immer du tust, mach dir bloß nicht andauernd Sorgen. Nicht zu fassen, dass das schon wieder passiert ist. Hast du ihr von dem coolen Geburtstagsgeschenk erzählt? Letzte Woche ist doch die Zukunfts-Twilight zu mir gekommen, um mich vor etwas zu warnen. Tja, das war ich, die Versuchtheit mir zu sagen, dass ich mir nicht so viele Sorgen machen soll. Jetzt werde ich die nächste Woche damit verbringen, wegen einer Katastrophe auszuflippen, die gar nicht existiert. Ach, mach dir keine Sorgen. Das Problem hat jetzt die Vergangenheit, Twilight. Ich schätze, da hast du recht, Pinky. Mein Bauch. Ich glaube, das ist die ganze Eiscreme. Ich dachte, die Bauchschmerzen wären das Problem des Zukunftsspikes, aber... Jetzt bin ich leider der Zukunftsspike. Komm schon, Zukunftsspike. Bring' wir dich schnell nach Hause. Tja, feiges Huhn. Unsere Arbeit hier ist wohl getan. Yep. So wie heute haben diese Ponys noch nie gefeiert. Das ist mir zu verdanken. Cheese. Cheese Sandwich. Das war ja der Oberhammer. Gut, feiges Huhn. Unsere nächste Party steigt dann wohl in... Ponyville. My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony. Und obendrein gibt's Zauberrei. Meine ehrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seien ihr. Jeden neuen Tag gibt es was Schönes zu planen. Niemand freut sich über diese Chance so wie ich. Und nichts ist für mich schöner als der Tag, an dem ich sag. Heute plan ich eine Party, die ist nur für dich. Na, wie geht's dir heute, Pinky? Toll, danke. Hast du noch ein paar Luftschlagen? Ja, sicher. Ist ne Party geplant? Was meinst du denn? Schnell such ich mir zusammen, alles was ich brauch. Diese Party wird der allerletzte Schrei. Und auch heute kann es jeder gern in unserem Städtchen hören. Dort geht das Super-Party-Pony Pinky fein. Sie plante eine Fohlendusche für die Kinder ein. Seitdem blieb in unserem Garten keiner mehr allein. Als ich den Schönheitsfleck bekam, war sie auch mit dabei. Nur das Beste wollte ich, daran hielt auch Pinky sich. Sie macht es wirklich gut, die kleine Pinky Pie. Danke, denke ich. Welche Farben brauchst du, Pinky? Alle Regenbogenfarben. Noch einen Pinsel dazu? Ja, unbedingt, bitte. Was brauchst du von mir? Dein größtes Poster! Diese Party wird vertöstet! Das bezweifle ich nicht. Jeden neuen Tag gibt es was Schönes zu planen. Heute ist für sie die neue Chance mit dabei. Denn nichts ist für uns schöner, als der Tag, an dem man sagt, die Party heute plante unsere Pinky Pie. Ich weiß nicht, wie sie das immer schafft. Sie legt voll los. Das wird super gut. Los, Pinky, los! Sie ist wirklich unvergleichlich. Nicht eine ist wie sie. So gut, so gut, so schlau, so schlau, wie Super Party Pony, Pinky! Oh, ich bin ja so aufgeregt. Ich plane nämlich heute eine Geburtstagsparty für Rainbow Dash! Rainbow Dash! Ja, Pinky? Du weißt, wenn du mich als deine Partyplanerin engagierst, garantiere ich dir die allerlustigste, fantastischste und famoseste Party von Ponyville! Äh, ja, denke schon. Nicht denken! Partys sind kein Picknick! Oh, ich mag aber auch Picknick-Partys. Oh! Partys sind eine sehr ernste Sache. Und du hast mein zertifiziertes Pinky-Party-Ehrenwort. Das ist die beste Geburtstagsparty aller Zeiten, Wett! Okay! Toll! Und wer hilft jetzt mir, dem Super-Duper-Party-Pony, bei der Super-Duper-Party? Ich! Wer bist du, Fremder? Mein Name ist Cheese Sandwich, Partyplaner. Was für ein grandioser Zufall! Ich bin Pinky Pie und auch Partyplanerin! Oh, das ist kein Zufall, mein kleines Pony. Mein Cheese-Pony-Sinn hat mir gesagt, dass hier eine Party in Arbeit ist. Dein Cheese-Pony-Sinn? Ah, doppelt fantastisch! Ich habe einen Pinky-Sinn! Ja, das ist mir schon aufgefallen. Und ich bin zufälligerweise der beste Partyplaner in ganz Equestria. Wenn mich eine Party braucht, dann bin ich bereit. Ob wilde Sause, ein Volksfest, Country-Festival oder Rummel, ich bin euer Pony. Ein Pony-Partyplaner-Party-Ponyville? Das ist perfekt! Hey, ich sag euch was. Das muss eine Wahnsinns-Party werden. Es ist ja auch nicht irgendein Geburtstag. Es ist auch das Jubiläum meines Umzugs nach Ponyville. Meine Güte, Rainbow Dash! Es ist ein Jubi-Geburtstag! Ja, richtig! Also, was steht an ihr, Partyplaner? Oh, ich denke, das kriegen wir hin! Oh, ich denke nicht, Ponys. Ich bin zu 100% sicher! Immerhin! Ein extra-super-duper-Party-Pony, das bin ich. Ich wollte nie was anderes sein, das war ganz klar für mich. Ich auch! Na los, Ponys, wer von euch mag Partys? Bestimmt du, das seh ich doch schon. Als kleines Fohlen spielte ich am liebsten immer mehr. Doch sagten viele, dass ein Spiel nur Zeitverschwendung wär. Doch dann gab ich ne Party, die hat prima funktioniert. Im Rampenlicht waren alle Ponys wie elektrisiert. War das so? Ein extra-super-duper-Party-Pony, das bin ich. Und ich! Ein besseres super-duper-Party-Pony gibt es nicht. Hä, Pinky? Hey, Schönheit, Mayonnaise gefällig? Die Partys sind extravagant, geplant mit Herz und mit Verstand. Zuerst will jeder sich rantasten, um dann völlig auszurasten. Hausmannskost ist euch zu fad, meine Partybombe steht verrat. Wer es will, kriegt Kuchen satt und nimmt im Fruchtsaft sie ein Bart. Tag frei, ich komme! Ein extra-super-duper-Party-Pony, das bin ich. Ein besseres super-duper-Party-Pony gibt es nicht. Na komm, Kleiner, du darfst der Erste sein. Oh toll, vielen Dank! Auf keiner meiner Partys kehrt die Langeweile ein. Die Kuchenschlacht, ein Drachen und auch Mähnenschmuck muss sein. Drinks und bunte Hemden, auch Fondue ist angedacht. Auf jeder meiner Partys wird die Nacht zum Tag gemacht. Kommt, alle Ponys, wir feiern eine Party mit Cheese! Du bist echt ein zertifiziertes Partypony? Na sicher, mit voller Garantie! Ein extra-super-duper-Party-Pony, das bin ich. Und wer denkt an das super-Party-Pony, nämlich mich? Auf diese Art habe ich mir das vorgestellt! Ich bin überglücklich, dass du hier bist, Cheese-Sandwich! Ja, du kommst genau zur richtigen Zeit! Ach, was du von deinen Partys erzählst, klingt ja großartig! Wir sind alle so glücklich, dass du hier bist! Tja, ich mach nur meinen Job, kleine Ponys. Ich meine, Pinkie-Pies-Partys sind lustig und schön und so, aber jetzt wird meine Geburtstagsparty... Überwältigend? Du sagst es! Darum kannst du witten! Äh, nichts für ungut, Pinkie. Ist schon in Ordnung. Ich finde meine Jubi-Geburtstagsparty jetzt schon super-cool! Du bist mein persönliches Party-Pony-Cheese-Sandwich! Da hast du sowas von recht, Rainbow Dash! Okay, ihr Party-Ponys! Es gilt, ein paar Party-Pläne umzusetzen! Twilight! Ja! 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 Pinkie! Hilfst du Cheese-Sandwich nicht bei den Vorbereitungen? Nein, muss ich nicht! Wie ich das erkennen kann, kommt er ziemlich gut allein zurecht! Wirklich? Ja, Pinkie sicher! Außerdem, wenn Cheese wirklich das super-duper-beste Party-Pony aller Zeiten ist, kann das nur bedeuten, dass ich es nicht bin. Mein ganzes Leben war ich drauf bedacht, was meinen Freunden Freude macht. Das fällt mir jetzt sehr schwer, denn Pinkie Pie plant nun keine Partys mehr. Nach vorne schauen werde ich nun, was Neues kommt bald in Sicht, ich möchte gern Gutes tun. Und nun, es findet sich sicherlich was anderes als Partys für mich. Von nun an schweigt die Party-Kanone, die Ballons sind bald alle leer. Die Blasen zerplatzt, viel bleibt mir nun nicht mehr. Oh, ich erinnere mich noch daran. Meine allererste Party. Meine ganze Familie war da. Und das ist Twilights Ponyville-Willkommensparty. Damit hatte sie gar nicht gerechnet. Oh, da ist Gummy. Er hat sich so über seine Geburtstagsparty gefreut. Die Hochzeit von Shining Amo und Cadence war etwas ganz Besonderes. Vor allem, weil ich für die Musik gesorgt habe. Wie glücklich waren die Gesichter Bei den Feiern, die ich erfand Hab viel gelacht und Spaß gemacht Und alle waren gewarnt Mich wollten sie sehen, das fand ich schön Ich zeigte ihnen ein Leben, das sie nie gekannt Das sie nie gekannt Ich werd es allen zeigen und bin wieder mit dabei Denn es gibt ein Party-Pony nur und das heißt Pinkie Pie Ich werd dem Kampf mich stellen und tue meine Pflicht Denn ich bin Pinkie Ein besseres Party-Pony gibt's nicht Ich muss sagen, ich bin schlichtweg begeistert Von deinem außergewöhnlichen Partyplaner-Können-Cheese-Sandwich Er wird wohl nicht umsonst Super-Duper-Partyplaner genannt Es reicht Pinkie muss ihren Party-Titel zurückerobern Und ich weiß doch schon, was ich tun muss Das ist der Oberwahnsinn So was hab ich noch nie gesehen Ich kann das alles nicht glauben Oh, genau Oh, schweif Oh, schweif Oh, Wahnsinn Oh, Wahnsinn Halt, schieß Nein Ich will dich herausfordern Zum Spaß-Duell Oh nein Bitte kein Spaß-Duell Was ist ein Spaß-Duell? Tut mir leid, weiß ich auch nicht Cheese-Sandwich kommt schon seit langer Zeit allein zurecht, Pinkie Pie Denkst du etwa, du kannst mich ausspaßen? Naja, das denke ich nicht nur Ich weiß es sogar Und der Einsatz ist sehr hoch, Cheese-Sandwich Wer gewinnt, bekommt den Titel Ultimatives Super-Duper-Party-Pony Und veranstaltet die Jubilgeburtstagsparty für Heiko-Dash Und der Verlierer? Verliert Verliert Also, bist du dabei, Cheese? Oder bist du ein feiges Huhn? Kein Pony nennt mich feiges Huhn Oder feiges Huhn? Dann sehen wir uns zum Spaß-Duell von Punkt 12 Ähm, Pinkie? Aber es ist jetzt schon drei Oh, äh, in dem Fall, äh, eben um drei Uhr zehn Spaß-Duell Okay, liebe Ponys Laut der offiziellen Spaß-Duell-Vorschriften Sie hat wirklich ein Spaß-Duell-Vorschriftenbuch? Hey, machst du Witze? Twilight hat Vorschriftenbücher für alles Die Rivalen haben freie Wahl für ihre Späße Sei es Singen, Tanzen, Theater, Trappeln, Witze oder Spaß-Einlagen Die die Jury zum Glucksen, Kichern, Lachen, Juhlen und Wiern Ausrasten und Abfeiern bringen sollen Je lustiger, verrückter, wilder und spaßiger, desto besser Rainbow Dash Da der Sieger deine Party ausrichtet, bist du die Jury Äh, ein Spaß-Duell um meinen Jubi-Geburtstag Was könnte besser sein? Cheese-Sandwich, Pinkie Pie, seid ihr bereit? Ich wurde bereit geboren Ich war schon lange vor meiner Geburt bereit Dann kann das Spaß-Duell beginnen! Heute ist dein Geburtstag, ein ganz besonderer Tag Mein Lobgesang dauert nicht lang, nur zu, was ich dir sag Glück und alles Liebe wünsch ich Glück und alles Liebe Wünsch ich Glück und alles Liebe zum Geburtstag für dich! Willst du eine Party mit Leben erfüllen und es geht dir dabei gerade sehr schlecht Frag den Doktor schnell um Rat und mit seiner guten Tat kommst du mit dem ganzen Käse zurecht Bunte Luftballons, Seitenblasen auch Sind auf einer Feier zum Geburtstag nun mal Brauch Sternförmig oder Alprapins, das ist egal Bei der Form der Seitenblase lässt sich euch die Wahl Jetzt werden wir beweglich und das mit Eleganz Ganz ohne Knochen fühlst du dich beim Gummihühner-Tanz Komm schon, feiges Huhn! Weg mit diesem Gummihühnchen, das hat doch keinen Sinn Schöner ist ein Höhlenflug auf einem Trampolin Los Gummy! Jaha! Du kennst den Tanz! Auf geht! Ich zauber als ein Lächeln aufs Gesicht, ganz gewiss Wenn jeder lustig ist, dann mach auch ich, ganz gewiss Ein kleines Lächeln meiner Freunde reicht völlig aus, mehr brauch ich nicht Das ist mein Zock! Was meinst du damit? Ich weiß überhaupt nicht, worüber du redest Das Rest! Holt die Party-Kanone Wenn das Lied erklingt, dann macht es bumm kabumm Egal was sie auch bringt, der Knalleffekt misslingt Leit ihr mir euer Ohr, dann stell ich euch gerne vor, wie die super Überraschungsbombe klingt Dale, 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 no piedes altino Portes in lo piedes, piedes del camino Rainbow hat offenbar überhaupt keinen Spaß, ich hab das Pinkie-Party-Versprechen gebrochen Stopp! Das Spaß-Duell ist beendet! Aber wieso das? Was meinst du? Aber ich habe noch keinen Sieger ernannt Das musst du auch nicht mehr Ich gebe auf Das heißt, Cheese Sandwich gewinnt Ach so? Ja, du organisierst Rainbow Dashs Party Und was ist mit dir, Pinkie? Ich... Ich nicht Pinkie, warte! Es tut mir leid, dass ich mich von Cheese Sandwich habe mitreißen lassen Ja, uns allen Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist Mich zu verzeihen Oh, entschuldige Pinkie Nein, mir tut es leid, dass mein Stolz dir den besten Jubi-Geburtstag aller Zeiten vermösselt hat Cheese Sandwich ist wirklich ein super-duper-Partyplaner und wird hier eine tolle Party organisieren Ich hätte das zugeben müssen und dich deinen Tag genießen lassen sollen Verstehst du es nicht? Ihr seid beide super-duper-Party-Ponys Klar, Cheese Sandwich ist ein tolles Gäste-Party-Pony Aber du bist doch Pony-Willst-Dauer-Party-Pony Kein Pony der Welt könnte dich jemals ersetzen Und nicht eine einzige Party kann ohne dich stattfinden Ich wollte nicht deinen Platz in Ponyville einnehmen Ich wollte dir nur zeigen, was für ein tolles Party-Pony ich bin, Pinkie Warum mir? Na ja Ein kleiner Schwindel musste sein, den ich dir gern gesteh Ich hoffe, diese Wahrheit tut nicht allzu sehr dir weh Nicht immer lief als Super-Party-Pony ich durchs Land In Wahrheit war ich schüchtern und ach so gut wie unbekannt Ganz zufällig hat mich mein Weg nach Ponyville geführt Dort sah ich einen Party-Tanz, der hat mich fasziniert Alles war perfekt, am allermeisten freute mich Jedes Pony auf der Party trug ein Lächeln im Gesicht Von diesem Tag an schwor ich einen neuen Weg zu gehen Ein jeder sollte mich als Super-Party-Pony sehen Ein extra-super-duper-Party-Pony wurde ich Ich reiste durch Equestria und alle liebten mich Doch allein hätte ich das nie geschafft, es half jemand dabei Diese große Party plant es damals du, Pinkie Pie Ich? Ja! Oh, wirklich? Wirklich! Also war ich das Pony, das die super spektakuläre Party plante, die dich inspirierte Ein super spektakulärer Partyplaner zu werden Ich schwöre beim Camembert Jetzt aber genug mit eurem Gesülze, ihr zwei Es ist meine Party und ihr müsst diese Party für mich schmeißen Yeah! Na dann los! Super-Duper-Party-Pony bleiben nicht allein Noch besser werden Partys, plant man diese gleich zu zweien Und mit vereinten Kräften sind alle heut dabei Und feiern fröhlich ein Fest geplant von Cheese und Pinkie Pie Okay, liebe Ponys, wir feiern hier heute den Geburtstag Und das Jubiläum von Ringo Dash! Hey alle zusammen, wer hat Lust heute so richtig abzufeiern? Los geht's! Kommt alle her, unsere Party kann starten Alle Ponys feiern fröhlich ihr Witz Hast du einen Wunsch, musst du nicht mehr warten Das Jahr ist um, heute gibt's die Geburtstagsparty Wünsch dir was zum Geburtstag Dies ist deine Geburtstagsparty Wünsch dir was zum Geburtstag Dies ist deine Geburtstagsparty Cheese Sandwich! Ich muss dir was sagen Du und Pinkie seid sowas von die beste Jubi Geburtstagspartysuper-Kombo aller Zeiten Es ist ganz einfach Überwältigend? Ja, das ist es! Nichts anderes wollte ich hören, Rainbow Dash Nur eine kleine Erinnerung an meinen Besuch Du gibst mir deinen besten Gummifeiges Huhn, Freund? Oh, er ist nicht mein einziger Nun, Feiges Huhn 2, eine weitere Party hat geklappt Es ist an der Zeit, dass wir beide weiterziehen Eine andere Stadt, eine andere Party Ich hab ganz vergessen, wie dieses Pony hieß Cheese Sandwich! Oh ja! Oh ja! 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 Ja!